Ich bin 15 Jahre alt. Wir schließen mit dem legendaren Leiter von dem jüdischen Theater in Barsche. Ich bin nicht ein Pensionierter Akteur oder Leiter von dem jüdischen Theater. Ich bin ein Busser und Pläner oder jüdischer Theater. Das ist der einzige Theater in Europa, welcher Arbeit normal auf amerikanischem Theater. Der verflagte Main-Theater, die um 18-18, spielen wir sicher die jüdische Klassik. Und bei der jüdischen Klassik haben wir euch Folgen, welche beiden einzig leben in Ischur oder nicht so an mir gestellt. Und jetzt haben wir einen Kaffchen, Kaffka-Tanz. Wir waren lange treffig für den Kaffka. Das heißt, Kaffka-Tanz später ist das ein Kaffchen in Verbindung mit dem jüdischen Theater. Das ist ein Kaffchen, das ist eine Wanderung von Kaffchen im jüdischen Theater. Und die dritte Forschung ist der Prozess von Kaffchen. Ich spiele die ganze Zeit. Die Buch von dem Donketen. Ich spiele Finalisten. Ich habe mir ein Gott für eine Kuh mit dem Scholem Asch. So wäre man es der Repetler. Es ist sehr verschieden. Manche zogen mir leichte Sachen, die oder Sachen, welche sich mit dem jüdischen Ische in Polen verbinden. Und was fehlt dem jüdischen Theater? Der Heinz, meine letzte Frage, Gedeuwe. Sehr argite Frage, sehr argite Frage, eine ungewöhnliche Frage. Es fehlt der Zuschauer. Es fehlt sechs Millionen Iden ermordeten Polen. Sechs Millionen Iden, aber ich muss so rechnen, nicht mit mir Masken sein, aber du in Polen ist es im Gehirn mit sechs Millionen Iden. Du in Polen ist es im Gehirn mit Erfolg. Mit der frästiger Kultur der Apotheken, Sie reden im 19. 1939. Nicht. Sie sind da gegangen. Sie wurden verschnitten. Ein Volk, der hat 20. Jahr geschafft, in Polen, eine prästige Kultur, mit einer prästiger, nicht nur kulturellen, scheußpielerischen, sondern nein, sondern geschaffen, eine Kultur in jeder Inzicht. in Deutsch ist es überhaupt ein paar Schnellen. Es fehlt. Wir, vor wenigen spielen wir, frage ich mir, vor wenigen. Wir spielen, für Weißen, durch und bei dem neuen, dem neuen Dorf, dem polischen Bus, mir rum verleuern. Leider, mir rum am Publikum, ein jüdischem Publikum, haben wir als zwei, drei Vorstellungen. Die spielen, spielen wir, dem Ziviler auf dem Dach, spielen wir schon zwei, vier hoch. Zehn, spielen wir dem Depo-Finanzkent. Wir spielen, vor polischen, zu schnell, dass er kennt, zu gehen, dass er wissen, wie er süß, was er ist gesehen, durch das jüdische Leben, die jüdische Kultur. Wir weisen von verschiedenen, äh, von verschiedenen, äh, Aspekten. Äh, zehn, es gibt die Formen, von der Grenze, von Russland, von der Grenze, von Deutschland, Itzler, es gibt eine ganze Gruppe, von Kaliningrad, eben, es gibt die Formen, zu sehen, zu vorstellen. Wir haben, wir haben, wir haben, viele Sachen, die Inder-Kultur, der Lebede, die Kultur, die jüdische, wo es sich, wir haben, in sehr aktuell, die ganze Christchacht, für die jüdischen Folk, in sehr, in sehr aktuell. in dusch spielen wir und als wir letzten Zeit in Amerika fuhren wir mit Coven zusammen und wir spielen dus und die Amerikaner fuhren wir uns sehen A dank dir, Schimmensein für mich bis 120 und noch als 50 mehr Ja, vielen Dank Soundsolder's video-kanal in New York Kobi Beizner Walsche